... sich 2010 dazu entschlossen, von Fremdkunden höchstens 1,75 Euro zu kassieren. Diese Vereinbarung haben jetzt drei große Kursen gekündigt. Die Commerzbank, die Postbank und die Deutsche Bank. Lars Hofmann aus der H1 Wirtschaftsredaktion. Was heißt denn das konkret, wenn man beispielsweise mit einer Sparkassenkarte oder von der Reifeisenbank bei diesen Banken dann Geld abheben will am Automaten? Also ganz konkret kann man das im Moment nur für die Commerzbank sehen. Sollen die Gebühren steigen? Sollen verdoppelt werden von 1,95 Euro jetzt, dann ab 1. Oktober auf 3,90 Euro. Also das ist schon ein Wort. Nicht ganz so konkret, dass die Deutsche Bank, die halten sich noch so ein bisschen bedeckt. Die Deutsche Bank zum Beispiel sagt, es sei noch keine Entscheidung gefallen. Aber die Bank wolle sich mit dieser Kündigung eine höhere Flexibilität bei der Preisgestaltung ermöglichen. Okay.